Willkommen bei Sägebob. Heute möchte ich euch einmal kurz den Pfeilenhalter von Dolphima vorstellen, der das Schärfen einer Kette per Hand sehr einfach macht. Ich selbst verwende hierbei eine Pfeile mit einem Durchmesser von 4 mm. Die exakten Schärfwinkel sind bereits aufgeprägt. Im Set gibt es dazu noch eine Flachpfeile sowie eine Messleere. Die Handhabung des Pfeilenhalters ist sehr einfach. Die Pfeile wird gerade aufgesetzt und von innen nach außen geschoben. Das Ganze kann zwei- bis dreimal geschehen werden. Wichtig ist hierbei, dass die Bewegung aus dem Ellenbogen heraus erfolgt. Beim Zurückführen wird die Pfeile leicht angeboten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Solch ein Pfeilenhalter ist wirklich eine lohnende Anschaffung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.